ja willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt place aus bett von 2,8 kiste das mal öffnen ja schon gerne weil er sei ich das spiel gespielt habe und wir gehen jetzt wo ich sagen erst mal duplikat so war ja umsonst karriere da steht zeitlich begrenzung drei runden sternen sternjäger angriff abschließen und luke teil 1 30 freundliche soldaten siegen ich weiß nicht genau was das bitte zu bedeuten hat ich habe gerade mal kurz akkad gemacht und versucht ja mit luke irgendwie ein paar computer gesteuerte gegner zu erledigen das hat nicht geholfen ich nehme jetzt einfach mal an einfach weil ich nicht weiß was luke teil 1 bedeutet dass das vielleicht irgendwas im sterniger zu tun hat aber ich weiß nicht was ist luke teil 1 meine luke aus episode 4 oder meinte da wurden mir gesagt ja sehr komisch aus weiß ich ich mache einfach der nieger angriff hier das macht bringe mich dahin was auch immer ich machen muss ja gut sterben gegangen warum nicht lange gespielt glaube ich macht auch relativ bock also spielt man das auch kurz oder mit zwölf war geil was meine tausend credits ja heute einsacken wenn ich drei matches mal direkt am stück machen in einem fahrrad wird schon egal weil sie nicht weiß ich mir wie lange die matches gedauert haben so zehn minuten jeweils oder länger 15 30 40 minuten wird schon geklappt danach machen wir weil sie nicht werkt schon an der händler händler schocken oder was immer irgendeine andere modis so welchen habe ich am meisten hochgelevelt dich wir haben auf den schaden primärwaffen feuerrate damit wäre was bin ich spielig dann muss ich machen camino ja wir sind die druiden kurs ich mich werde ich jetzt hier kurz herausfinde wie ich nochmal zeugs mache soll vielleicht erst mal kommen die ganzen fähigkeiten sind für euch die einsätze zeit macht wir haben gewinnen naja vorübergehenden tempo boost schweren laser der großen schaden vor so können kann kurz nicht überhitzen ok zum hatten der so viel ist hat dann helden links wer war das also nicht hier unten lass mich da reingehen kann und irgendwie sind voll am denken ich zog die ganze zeit vorne und zurück aber total ich also halalala das nehmen wir diesen schub und gehen da raus und ich werde natürlich von überall angeschossen ja ich will auch pd haben habe ich auch so viel ja ein stationäres ziel ballern hat es sich so schwer kommen nur nicht so viel feigen da wäre nicht gut und meine hinterher von den ganzen tag überhaupt kein problem ich tue weil ich 20.000 film auf einmal runterladen nein quatsch aber ausgerechnet wenn ich zocke dann geht es schon wieder unter und drüber hauptsache ich weiß spiel wieder richtig geile matico verteidigen los alter danke der band spieler sogar ich war da auch wie blöd auf dem quali wenig ich den ob sie stehe nicht okay ich bin ding ich habe mich so viel ap 800 habe ich ja was geht es da rein und ja okay eine weile haben wir noch geschafft ist außer gefecht schaltet die feindlichen jungen da aus na manchmal meinen sieg hier genießen hallo nicht irgendwie sehen wie viel ich habe mit ihnen der mich gar aber besser wenn ich das hier nehme da sind das einzig ruhig karten drin und auch auf und davon war es doch normal hat hier so ein ding ist oder ich weiß mal hinter verbindungen jetzt hier drunter werden die nie kommen sehen wenn sie nie kommen sehen ah gott ja der voll meine ruhe und all das natürlich irgendwo gegen weil wir da fast für uns zu planen ja hauptliche schaden eine punkte sind mir nicht wichtig ob ich mache das missionsziel bin missions ausgelegter spieler nicht muss der beste sein wie keiner vor mir war spieler bringen oh gott oh mein gott wie schnell voll an die mich ab noch mal den ja so schnell wie weg ich glaube ich habe ich jetzt 1050 mehr ich habe mich nicht erreicht und ich glaube ich rechte nicht kommt ja er ist auch wieder der kann ja mal aufhören irgendwie durfte mich oder was lässt sich die spiel als einziger mission genau so läuft es ab komm mal wer da ist ja komm mal wenn er stirbt ja ich habe irgendwie eigentlich gedrückt halten muss und raketen und tschüss dass wir raten naja ok da vielleicht bombe irgendwie spielen weil ich so schnell verrückt vielleicht haben die am rp glaube ich zwar nicht aber doch hallo nein ich den stadt hier unser letzter teil da kriegen wir sowieso nicht mehr ja schnelles match und ich meine tausendquellen so ein bisschen näher und egal der mich ist noch nicht mal hier auf der liste die box auf kann 25 einsatz ziel zerstören ja das locker ach das wird ja auch dazu gezählt okay wenn ich hier gegner erledige alles klar ich habe das 19 erledigt hier war man glaube ich schon mal ja erstmal ab von jäger und gucken machen müssen wenn wir wieder irgendwie was kaputt haben müssen dann wahrscheinlich lieber bombe weil wir haben ja p immer mehr schaden gegen die dinge aha wir schützen ah ich denke mal wenn das hier schon so sie zu sehen ist dann ich hat schon angreifen kann er war glaube ich nicht er sagte nicht ich habe ich eine heilfähigkeit ich würde ich würde gerne mal wissen ich glaube das wird auch irgendwie angezeigt wenn ich in reichweite bin und war nicht wenn ich die dinge kaputt machen und dass mich die dinge machen da wollte ich eigentlich nicht was mache ich hier eigentlich dann gehe ich einfach da raus und jetzt erschießt mich immer voll höre der typ ne oder die typin keine ahnung weiß ich nicht habe mich die ganze kaputt man ja ich habe einen schütz kaputt gemacht da ist auch was mit efeigkeit ist glaube ich ein automatisches geschützten haben wir haben ihren angriff abgeschlossen du sollst nicht auch jetzt bin ich will auf die schnauze da ist auch so ein teil ach was machen wir mich umdrehen läuft doch gut wir sind lange nicht so viele punkte hier verlieren ist doch eigentlich gut ja was geht aber du sollst auf hier stoppt mich niemals so hat sogar irgendjemand erledigt auf dem weg dahin so wie auf empfang jäger weil ich weiß nicht wir müssen jetzt jäger erst mal erledigen bevor es weitergeht ich glaube ich tue lieber weil ich sehr so ich fang so oder so deswegen nehme ich lieber an dingen womit ich langsamer freige mehr schaden mache da macht er irgendwie sind so wir können es uns nicht leisten dass sie noch mehr anpassen war mir schub um jetzt habe ich hab da sind geschützt hat euch auch weg wenn du bist der nämlich die ganze kaputt haben erwartet ja blutige rache war ich lebe noch das arbeit diese deswegen will ich die geschütze erledigen genau ist sie treten irgendwann in lintern ich brauche ich doch geschütze die noch auf mich hier drauf gehen habe schon spiel erreicht bier so eine stadt ich bin auch ziemlich kaputt schließt überhaupt jemand noch auf das ding irgendwie meistens genauso viel api vorher immer dann bin ich mir noch einig wechseln wir einfach hier hin und her das hat irgendwie anders geplant willst du dich mal auf das dinge da waren geschützt glaube ich huger lager bruder kascha jetzt ist unser auto auf ich bin ich denke mal ich bin der einzige gespieler auf der welt hier sind einfach nur so schausteller so tun als wären sie echte spieler und irgendwie keinen sinn wo wir sind vor allem gewinnen ungewohnt für mich also ich habe 3.000 punkte in griechen helden spieler kommen noch ein paar punkte 100 stück was wir machen wir sind ja schon so beschädigt das war blöd er war so so was ist das ok wir sind auch mal ein mann habe ich jetzt doch mal alle sind schon helden das spiel schon helden wieso kann ich zwei luke skywalkers hätte ich hier gegen fliegen es ist nicht mehr das ganze dinge ballern oder wir müssen meine ballern das ding lag die die schlacht ist noch nicht verloren kann man auch so geschützt machbar kann man okay ich bin noch hier welche gegen das wert nicht ja ich habe jemand erledigt aber ein geschützt keine ahnung da bitte da haben wir noch kein hält offen kommt schon genau im bettel von 1 wenn ein mann helden das besser unbesiegbar sind die schüssel der mit der uns fall im ersten teil ausgehalten hat wir müssen einfliegen also ja das war voll ich sieg ich sieg war ich musste doch auch erstmal ein bisschen die doxen wieder die doxen eine herausforderung ok 25 geschützt zu zerstören kommt alles somit also sachen wir kommen mit der zeit muss ich eigentlich nicht drauf zu arbeiten aber wenn schon dann normen wir müssen dann wahrscheinlich hier die erledigen jetzt eine technische so opfern jeder gesamt gesundheit h ich brauche karten ja ich werde ganz schön sein das ding ja kaputt saun hallo und verpasst euch er ist auch wieder jemanden hat den amt noch verfolgt wird nämlich erledigt naja spiel falschen allerdings kaputt ich weiß nicht genau was hat gebracht hat aber ich kümmere mich um die dinge an er macht das schon habe ich jemanden erledigen kann team play ja das ab von mir gesundheit ich weiß nicht was genau bringt wenn wir die dinge erledigen aber ich mache da einfach mal während ich im hinweg hier ein paar erledige zum beispiel den da oder wegen da so expert shooting wird schon irgendwas bringen die dinger kaputze hauen noch meine dinger verlieren wir sowieso eigentlich sollte ich mich mehr auf die jahre konzentrieren vielleicht besser ha ha ich kann nicht weizen na es geht ab vandale und dann gibst du ein paar ob wir da war ein guter mini killstreak hier eigentlich ist jeder killstreak wirklich ja schon gut aber jetzt schon mal ich meine du aber geschützt habe ich weggehauen wenn wir punkte ich aber kommen würde ich nicht toll ich glaube wir sind einfach nur so zur unterstützung hier ne arbeit nur 7 wird doch noch weiterlegen hatte die dinger ja schon so nah sind wahrscheinlich einfach nur da um die zu unterstützen aber wenn man da muss die dinger ja auch kaputt und jetzt noch mal gewechselt ja aber dann bin ich bei so nah an die heran oder eine heilung ich habe den millennium falken erledigt habe da hat gesehen schon wieder der die das keine ahnung nämlich jetzt mal bin darf mal was kann ich gar nicht mehr oder keine ahnung man soll ich ein bisschen mit der kann mein gott und ihr dann verpisst euch das ist doch nicht tot mein gott wenn auch gar noch 2000 ap und dann auch mal weil es egal dann aber alles weg muss gar nicht mal die fähigkeiten alle waren hat keine zeit hat alles zu lesen so ich bin schon bocken kommander neska cool ich bin auch gar nicht gerückt man erreicht schnell aber wir sind ja vor allem verlieren gerade aber die dinger sind gleich kaputt seid ihr mit der tod hilfe verstehe ich bin ich irgendwie mit dem ding hier auf die gegner balladen die ruckzuck weg können seine nicht so langsam nur freck zwölf eliminierung persönlicher rekord da ist das letzte ding auch kaputt ja gut das muss die dinge erledigen nach und vereindruckende abschüsslichste danke war es auch nicht gelingen oben aber wir sind ja keine von uns kommen eigentlich ich habe nicht mehr auf die jäger konzentrieren ich glaube dann bin ich ein bisschen besser als auf die zielerfassung mit dem frachter hat ist euch du vermisst du bist da läuft ja richtig 100 prozent da das gut ja der schilder ist jetzt gerade weggegangen habe ich gesehen geil das wechsel immer in meinen fähigkeiten hallo bis auf der rk-mode guck dich nehmen an da dann bin ich dann erst mal hat gespielt habe ich habe kein einziger ledigt glaube ich habe ich nicht einen einzigen spiel erlaub ich erledigt jetzt mich die alle nieder hin und wieder 22 hallo ok und zu erzählen die zu erledigen die müssen hat dingen erledigen also und skills zu bekommen ist da ich ein bisschen einfacher so ein habe ich gesehen man es ist ein millennium adler den stopp oder nicht richtig sterben ich habe lieber den jahr und e nach und er nennen hallo wenn ich mitkommen wie die bodyguards ich habe auch mit der pink und hallo nein wir sind dann schon allerdings wieder aktiv sein dann können wir glaube ich gewählt jawohl ist noch 66 erledigen locker vorgibt es nicht na 1 war schon zehn erledigt gut nein ich habe mich nicht auf mich dass wir noch einen erledigen kommen einfach bist du von dem ding ja ich komme ich komme dazu helden zu spielen oder schurken ich glaube wir verlieren wir ja nein nein ich von dem ding fern wir haben verloren so ein 584 punkte das schon mal so viel aber ich habe schon mal mehr helfen verschoben also der kern schon wieder putt ja den kaputten ist glaube ich auch ein bisschen einfach an damit müssten wir auswahlungen geschafft haben wollen wir 13 der auswahlung sagte ich habe doch abgeschlossen man wer macht man jetzt nicht er hat ja noch nicht registriert oder so oder weil ich irgendwie da reingekommen bin bei dem ersten match da war nur zwei mädchen ich bin blöd er war jetzt drei oder man warte im nächsten part dann irgendwie was anderes noch dahin hängen glaube ich keine ahnung weil sie nicht mal schauen da belohung freigestattet 1000 kredits da kann ich jetzt eigentlich nur noch für den c einsetzen ja kommt man mal sterniger kiste wer auch verbinden hier ab von jäger habe ich ja irgendwie nix grünes zeug helden dinger bringen mir nichts müsste ich mal irgendwie helden spielen mit chance haben in spielen zu können so ja okay keine ahnung und ich jetzt gucken da wenn jemand damit aufs jahr da muss ich wahrscheinlich luk teil 1 entweder mit klug seiner hot klamotte obwohl heute war doch sowieso fünf oder sechs weil sie jetzt nicht hier habe ich ein paar sachen freigeschaltet schaden wenn ich mal irgendwie die chance haben sollte man spielen zu können da ist schon wieder gelbe wo ich nix mehr da habt eigentlich den verarscht mich ja wieder nur sei denn eine frakete fassung benötigt die gegner ok näher gesundheit hätte ich gerne würde ich sagen das war es für diesen part nächsten bad weil sie nicht warum wir machen wird schon jemand finden und ja danke fürs zuschauen hinterlassen mit der lag aber ein kommentar oder sonst irgendwas das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns ja nächsten folge schütze kopf g